So, und lang geht's weiter mit House Park. Hä? Ich hab doch noch Besiegt gehabt. Oh Mist, muss ich das erst noch viel nochmal machen? Nochmal besiegen. Äh, was war denn nochmal bei dem hier? Hey, warte. Ich wollte den noch ein bisschen trainieren hier. Muss mal gucken, wie ich das mache. Drück ja mal A, wenn den Forst nach unten geht. Der war scheiße, der war richtig scheiße. Zu früh, zu früh, zu spät. Au, Mist. So war der gut. Ah, der war scheiße. Der Ton ist ein bisschen laut. So, und die Waffe war jetzt besser glaube ich. So, und die Waffe war jetzt besser glaube ich. Vermindert die Abwehr des Ziels. Perfekt angreifen. Na, ist mir gerade relativ egal. So. Wiederbedingungsentrank. Das haben wir ja schon. Ich habe in der Garage. Und der erste ist, zwei kaputt machen. So einfach geht. Lusterbrudermütze. Du gehört mir. Du gehört mir. You gehört das Auge. So. Wasserballon. Token Perücke. Barry Spons. Läger. Bassgitarre. Die genau daneben liegt. Aber die natürlich jetzt nicht verfällt. Aufwertung verfügt. Ach, warte. Eine Aufwertung. Wo ist der Schlagtangstück denn schaden? Ja, nehmen wir das mal. Weil das funktioniert meistens auch etwas besser. Aber die perfekte Durchführung kriege ich momentan einfach nicht hin. Ähm, guck. Ja. Hat es eine MP, wenn du geheilt wirst? Na, wo ist denn jetzt hier? Muss noch mal zum Laden laufen. Ja? Kann ich dir helfen? Was ist das? Oh, der Elf hat wieder den Stift genommen? Hör mal kurz. Danke für deine Botschaft, Traveller. Ich werde Haste machen, um Koopa-Keepe. Mom, kannst du mich nach Erics Haus fahren fahren? Wie schnell sie umgezogen hat. Cartman zurück. Ähm, was müssen wir noch machen? Ich muss ähm... Jesus finden. Ich finde Jesus. Find Jesus. Find Jesus. Ähm, den Tor machen wir später. Ratten im Keller machen wir auch später. Jesus finde ich. Also wir können zurück zu Cartman. Um dort... Ähm... Dinger zu machen. Ja, aber auch ein paar neue Sachen zu kaufen. Tömer! Ich dachte, dass man sich sieht, dass es angeritten kommt. Oh, Soldiers! Reporting for duty, Grand Wizard! Nice work, Dishbag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Uh, hey, yeah. Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh, my God. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back to Stick of Truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragonshout. Welcome to our base. All are welcome here. Even those just chronic levels. Schließlich hab ich keine, äh... Michaelin, noch gar nicht Hühner. Huch. Fight well, Douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fights. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever, fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? Alright, then let's begin your training. So. You must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Heh? Then, let it rumble inside you and... Dragonshout. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragonshout. Now you. Ready? Okay, it's gonna be something. Find the frequency. Hold. Hold. Oh yeah. I live a hundred years and never again witness a spell so boisterous. Should it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last, in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Kenny. Could you come here, Isaac? Shh, stop, stop. Okay, just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. Alright, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers that I have taught you. Ha! Ha 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 ha! That was fucking hilarious! Ha 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 ha! That was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Hopefully I'll fall. Ha 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 ha! I hope you will be at home. Dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls. Okay, seriously. You have mastered Dragon Shouts. From now on it will be easier for you. Äh. Ja, aber ich verstehe nicht, warum ich das Slime, warum ich eher Slime runterhalten muss. Ja. Da hat er Kenny freigeschaltet. noch kurz hier Ausrüstung Angriff mit Nacken für gegen die persönlichen Schaden zu Waffenaufsätze Vorher war eigentlich Waffen Waffen kaufen Wo könnte man Waffen kaufen? Ich Plus C-Wover Banzös Wärmann Achso, Algour Pletter Du die sind hier der könnte man Waffen kaufen überhaupt schon Waffe kaufen aber ich gehe einfach zur Schule bei Craig und dann äh und dann ne kann das nicht helfen kräg okay stop looking at your watch because you're here for three hours buddy okay whatever no don't think your friends are gonna come bust you out this time Craig my name is Feltfar and I'm a level 6 thief and the humans will soon rescue me from this tower no your name is fucking Craig Tucker and you're in detention now start doing your homework okay I've got all the doors sealed and I've got hallway monitors working overtime nobody's gonna save your ass today Craig okay warum hat er level 6 gedacht ich habe doch eben gesagt er wäre level 7 äh level 12 aha ah drück äh wenn man dafür blinkt so oder so drücker A für ein Angriff äh bisschen fern fort der war schlecht der war auch zu früh aber tot der war der war der war mies der war der war meine schule ein paar redheads verprügeln was bist du der war der war gut richtig gut der war besser nein war er nicht aber egal ein thoma glaube ich ein kleines bisschen leiser ja wir gucken wir sehen thoma kleines bisschen leiser machen der automatisch so laut der ist ein bisschen leiser jetzt egal ich kann die sprache ja lauter machen die stimmen stimmen hoch hoch und x4 anwenden nehmen das ist völlig nicht hier gibt es doch auch irgendwo schluch das ist hammer oh gott schlimm ekelhaft und hier den mars aus packte event und hier war es nicht die high school musical folge schluch 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 dass sie nicht hier so gibt also sie gibt so schluch 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 muss ich kurz ein bisschen üben was war ja zu ne ja wollte gar nicht wollte ihn ein bisschen ausrauben die haben alle die haben ja alle über einen Regenschirm bei sich schluch fluch schluch ich finde die Schlüssel macht der Rohr mal keine gedanken schluch schläge schluch 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 rush schluch 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 Ähm. Ja. So, zwei weg. So, noch einen weg. Am besten früh. Hallo, CJ. Welcome to the stream by South Park. Oh, yeah. And thank you for the follow. Was war das denn jetzt? Halt der Tasse. Ich bin angewidert. Hab' ich gemerkt. Ja, trotzdem besiegt. So. Heute Sommer Sprass Mahnertrank. Erstmal ein Stück Textmarker. Kann man irgendwas machen? Super. Ja. Sir Jim. No. Go. Geh weg. Mach dran. Hutschopf, Afro. Ja, schlimm. Der Protektor des Brass-Keyes wird niemals überrechnen. Das kann ich nicht. Ähm. Ähm. Halt der LB. Leiter. Ähm. Halt der LT zurück und ziele mit L. Leiter. So. 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 Alte LT gründer mit. Leiter so. Drücke RT um die Leiter zu starten. So. Ich bin flatter, du glaubst, aber ich weiß nicht auch wo zu beginnen. Ich kann nur heal. Du brauchst jemanden, der trank kann. Bei mir funktioniert das nicht so wie es sollte. Alter LT gedrückt es hier mit L und R. Da war er auf das Begleitersymbol. Irgendwann liegt das gerade nicht. Das ist nicht vor... Aha.. Aha LT gedrückt Das Begleiter-Symbol Begleiter-Symbol ist... Und er nicht durch... Danke erstmal, wie ich gerade nicht durchkomme... Oh, der muss ... Slav ... Ich kann es natürlich nicht mehr schießen, aber eben geh jetzt noch. Achso, das hättet ihr auch machen können. Warnertrank, hab ich nicht gewusst, was noch ein Schrank ist. Toll, hab ich natürlich hier abgezogen. Ah, da ist auch noch was. Ja, toll. Viel, oder? Doch. Sogar sehr viel. So. Hallo, oh, hallo, ähm, Gibi Owls, Owls? Oh, na was? Bis zum nächsten Mal. Alte LT, die drückt. Ich bin froh, wenn du mich überraschst, aber ich wüsste nicht, wo ich anfangen würde. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Fein gemacht, Kenny. Oh. Ich hätte auch vorher drauf kommen können. Ah. Ah. Ciao. Ciao. Ciao.